Ich ruf dich an. Nein, 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 nein. Ihre Nummer ist, sie hat sie eingetilbt und es ist sie weg. Jedes Jahr an meinem Geburtstag treffen mein Papa und ich in so einem Hotel Sacha. Das ist es! Ich warte jeden Tag um Sacha, bis sie zu ihrem Geburtstag dort auftaucht. Heute muss sie kommen. Bestimmt. Wie immer. Sie schon wieder. Kommen sie jetzt jeden Tag? Mhm. Heute habe ich ein gutes Gefühl. Das sagst du jeden Tag. Hier hast du also die letzten 100 Tage verbracht? Ich würde gern helfen. Es braucht eine Wienerin, um meine Wienerin zu finden. Hoffen wir nur, dass der Film auch ein Happy End hat. Das ist doch das Happy End. Das ist erst der Anfang.